Die besten vier Bluetooth-Kopfhörer von OnEra im Vergleich Ich habe mir die JBL Tune 510BT Bluetooth Over-Ear Kopfhörer in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Kopfhörer sind einfach zu bedienen und lassen sich schnell per Bluetooth mit meinem Smartphone verbinden. Der Sound ist klar und die Bässe sind kräftig, was das Musikerlebnis noch besser macht. Besonders praktisch finde ich die Freisprechfunktion und die lange Laufzeit von bis zu 40 Stunden. Auch die Möglichkeit, die Sprachassistenten zu nutzen, ist sehr hilfreich. Die Kopfhörer sind zudem faltbar, was sie für unterwegs sehr handlich macht. Insgesamt ein tolles Produkt zu einem guten Preis. Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer von DoeCase in der Asphaltgraufarbe gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie sitzen bequem über den Ohren und die weichen Ohrpolster sind sehr angenehm. Der Sound ist großartig und ich liebe die drei EQ-Modi, da sie für jede Art von Musik geeignet sind. Ich kann diese Kopfhörer bis zu 52 Stunden lang verwenden, was ein riesiger Bonus ist. Das Falt-Design ist auch super praktisch, wenn man unterwegs ist. Alles in allem ein großartiger Kauf und ich kann sie nur empfehlen. Ich habe die Bluetooth-Kopfhörer seit ein paar Wochen und bin sehr zufrieden mit ihnen. Die Klangqualität ist hervorragend und der Deep Bass ist wirklich beeindruckend. Ich schätze auch die vier Eng-Mikrofone, die die Qualität von Anrufen verbessern und dafür sorgen, dass ich klar gehört werde. Die kabellose Verbindung funktioniert einwandfrei und das USB-C-Ladekabel ist praktisch. Die IP7-Wasserdichtigkeit ist ein zusätzlicher Bonus, der ideal für den Sport oder auch einfach nur für regnerische Tage ist. Ich kann diese Kopfhörer nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit den 2023 Bluetooth 5.3 Kopfhörern. Sie sind sehr bequem und passen perfekt in meine Ohren. Die Klangqualität ist hervorragend und das Noise-Canceling funktioniert einwandfrei. Die Batterie hält auch sehr lange, bis zu 50 Stunden, was für mich perfekt ist, da ich viel Sport treibe und längere Trainingseinheiten habe. Außerdem sind sie wasserdicht, was mir erlaubt, sie draußen bei jedem Wetter zu benutzen. Das Dual-LED-Display ist sehr praktisch, da ich immer den Batteriestatus im Blick haben kann. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesen kabellosen Bluetooth-Kopfhörern und kann sie nur wärmstens empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.